Die Zahlensysteme. Wir sind es ja gewohnt, im sogenannten Zehner- oder Dezimalsystem zu arbeiten. Das hat sicher damit zu tun, dass wir zehn Finger haben und damit auch gut abzählen können. Und wenn man sich dann eine Zahl wie diese hier mal anschaut, dann lernt man schon in der Primarschule, dass das eben 1786 ist. Die Bedeutung davon, was diese vier Zahlen da hintereinander eigentlich darstellen, das hat man vielleicht in der Zwischenzeit dann vergessen. Man kann sich da aber sehr schnell wieder daran erinnern und sagen, ja, das ist ja eigentlich 1 mal 1000 plus 7 mal 100 plus 8 mal 10 plus 6 mal 1. Also wenn man das ausschreibt, kann man sagen, es ist das gleiche wie 1 mal 1000. Und 1000 schreibe ich jetzt da in dieser Darstellung der Potenz, Zehnerpotenz. plus 7 mal 10 hoch 2, 7 mal 100, plus 8 mal 10, 10 hoch 1, plus 6 mal 10 hoch 0. 10 hoch 0 ist ja 1. Also so ist eigentlich die Darstellung gemeint von so einer Dezimalzahl. Damit man weiß, es ist eine Dezimalzahl, hat man hier unten ein kleines 10 markiert. Und das führt sofort zum nächsten Beispiel. Wenn man nämlich ein System hat, wo man zum Beispiel nur einen Finger hat, also den Finger hochstrecken kann oder nicht benutzen kann, dann hat man also quasi nur zwei solche Ziffern 0 und 1. Man kann also eine Zahl dann nicht mehr so schön kompakt schreiben wie hier. Wenn man da 1786 schreiben möchte im Dualsystem, dann müsste man viel, viel mehr Stellen haben. trotzdem die Bedeutung, Sie sehen ja hier das 10. Das ist dieses gleiche 10, das man hier verwendet hatte bei der Darstellung. Die Bedeutung, die wir hier verwendet haben, kann man direkt übernehmen auf andere Zahlensysteme. Zum Beispiel das Zweiersystem. Und sagen, dass diese Stellen hier eigentlich Zweier-Exponenten oder Zweierpotenzen bedeuten. Also das hier bedeutet 2 hoch 0, das bedeutet 2 hoch 1, das bedeutet 2 hoch 2, 2 hoch 3. Wenn wir das jetzt einfach übernehmen, was wir da oben gemacht haben, dann würde das hier stehen, 1 mal 2 hoch 3, haben wir gesagt. Plus 0 mal 2 hoch 2. Plus 1 mal 2 hoch 1. Plus 0 mal 2 hoch 0. Und jetzt haben wir da einen Punkt, also ein Komma quasi. Und das geht dann eigentlich quasi logisch weiter. Sie sehen hier die Potenzen 3, 2, 1, 0. Die nächste wäre dann Minus 1. 1 mal 10, äh 2 hoch Minus 1. Also ein Halb. Genauso wäre es auch hier gewesen, wenn wir da Kommastellen gehabt hätten, hätten wir da auch weiterfahren können mit den negativen Potenzen. Also sehen wir, wir haben hier eine Zahl, die ist offenbar 1 mal 2 hoch 3. Wenn man das jetzt wieder im Dezimalsystem sagen würde, ist das ja 8. Das ist 4, das ist 2, das ist 1, das ist ein Halb. Wir kommen also, wenn man das zusammenzählt, auf 1 mal 8 plus 1 mal 2. Das gibt zusammen 10. Da kommt nichts. Und dann kommt noch ein Zweitel dazu. Das heißt, wir haben insgesamt dann 10,5 oder 10,5. Und jetzt müssen wir sagen, im Dezimalsystem. Deshalb das kleine 10 da unten. So rechnet man also von einem anderen System ins Zehnersystem zurück. Das Zweiersystem, das Dualsystem ist sehr bekannt, weil das gar nicht Elektronik und Digitaltechnik viel verwendet wird. Man kann aber auch hier ein 3 oder ein 4 sich vorstellen und entsprechend die Zahl dann auch umschreiben ins bekanntere Zehnersystem. Oder wenn wir von 134 im Zehnersystem auf das Dualsystem umschreiben wollen, dann müssen wir uns überlegen, welches ist die höchste Zweierpotenz, die hier beim 134 vorkommt. Zweierpotenz, das fängt ja an mit 2 hoch 0, das ist also 1, 2, 4, 8. Jetzt kann man weiterzählen. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Also 2 hoch 9 wäre 256 bereits zu viel. 2 hoch 8, das wäre ja 128. Das hat hier noch Platz drin. Sie können sicher sagen, das ist das gleiche wie, jetzt schreiben wir das aus 2 Exponenten, 1 mal 2 hoch 8. 2 hoch 7, also 1, 2, 4, 8. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 2 hoch 7, jawohl. Dann fehlen jetzt aber noch von 128 auf 134 6. 6 teilen wir dann auch auf in Zweier-Exponenten, das ist sicher mal 4 dabei, also 1 mal 2 hoch 2, plus 2, also 1 mal 2 hoch 1. Das heißt, wir haben jetzt nur diese Zweier-Exponenten, Zweierpotenzen 7, 2 und 1 benutzt. Wenn wir das jetzt also als Dualzahl schreiben wollen, dann können wir sagen, das ist 1 mal 2 hoch 7, 0 mal 2 hoch 6, 0 mal 2 hoch 5, 0 mal 2 hoch 4, 0 mal 2 hoch 3, 1 mal 2 hoch 2, 1 mal 2 hoch 1. Die gleiche Zahl im Dualsystem. Und 2 hoch 0 muss ich noch dazu nehmen natürlich, das habe ich jetzt vergessen, ich muss bis zur Kommastelle, oder ja bis zur letzten Stelle ohne Komma das ausschreiben. So, das ist die gleiche Zahl. Oder ein anderes Beispiel hier, 1ac im 16er-System, im Hexadezimalsystem. Sieht da komische Ziffern, nicht wahr? Wir sind ja vom 10er-System her gewohnt, dass es einfach bis 9 geht, von 0 bis 9. Wenn man jetzt ein System hat, wenn man etwa 16 Finger hätte, dann müsste man die weiteren Finger auch noch irgendwie bezeichnen. Das geht im 16er-System so, dass man einfach dann, wenn man bei 9 war, weiter mit Buchstaben fährt. A, B, C, D, E, F. Und 1ac im 16er-System, da muss man sich also überlegen, das ist 16 hoch 0, 16 hoch 1, 16 hoch 2. Da haben wir 1 mal 16 hoch 2. Dann plus das A, das war das 10, mal 16 hoch 1. Und das C, das war 12, mal 16 hoch 0. Also 16 hoch 2, das ist 256. Plus 10 mal 16 hoch 1, also plus 160. Plus 12 mal 1, also plus 12, das gibt 428 im Dezimalsystem. Und das gleiche könnte man jetzt analog wie da oben auch ins Dualsystem umschreiben.